Na, das kann man bell bell. Ich freue mich, viel zu große Halle. Wir sind in Erfurt, in... Was ist denn das hier? Flugzeug-Hangar. Erstes Konzert. Ich hoffe, ich kann alle Texte. Aber hey, das ist ja nur eine Zehntausender Halle. Ist auch nur Probe. Ja, wir sind jetzt in Münster. Hier sind nur 6500 Leute. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt lohnt, jetzt rauszugehen. Ich bin ja schon ein bisschen was Besseres gewohnt. In Köln. Palladium. Gleich liegt auf die Bühne. Immer noch ein bisschen Hangover vom Münster. Sind sie auf jeden Fall gut steil gegangen. Und jetzt war ich den ganzen Tag so im Kater-Chill-Modus. Jetzt muss ich mal langsam wieder aufmachen, Wir sind einfach sicher, dass du gar nicht mehr. In Freizeit Dänik, wie die Leute sind wir auf die Raub. Und ich gebe jeden ein Stück mit. Weil der immer noch der Besser, Wurstersucht im Hintergrund in eine heilige Exe. Das war's für heute. Das riecht sehr nach Bier. Die Leute sind am Start. Die trinken Bier mit mir. Prost. Mir war noch viel Bier. Mir war noch Silva oder Miriam. Fantasiesprache. Schon ein bisschen her, weißt du. Ich wollte immer Valetsänzer werden. Drei, zwei, drei. Drei, drei. Drei. Drei, drei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.